Man kann jetzt Bibi und Tina nicht mit dem weißen Band so vergleichen. Beides spielt auf dem Land, beides spielt auf einem Gut. Bei beiden passieren Dinge, die nicht passieren sollen, das kann man so sagen. Es geht um, ja bei beiden muss ich überlegen, Gier ist dabei und auch die, sagen wir mal, die Maßregelung des Vaters ist, also der Falco von Falkeschön ist ein sehr strenger Vater. Es gibt ein paar Ähnlichkeiten, gibt es. Kann man nochmal genau analysieren, sollte man ein Double Screening machen, weiße Band und Bibi und Tina. Es wird wenig gehackst bei Haneke, das stimmt.